Blau, Grün, Weiß, Gelb, Rot! Leute, so, es geht weiter! Okay, ähm, ja, wir holen uns den Gin da oben. Das machen wir ganz einfach, das ist nicht besonders schwer. Wir schieben einfach lustig die Dinger rum. Okay, Moment, Frost. Jetzt schon, oder was? Muss wir überlegen? Ähm, ja, jetzt schon. Okay, Frost. Gut, okay, ähm, jetzt ist es aber Mistral, da bin ich sicher. Okay, also, in der Vailhöhle war es ja dann jetzt Milan, dann ist es jetzt aber Mistral. Halalala. Unglaublich logisch halt, der ganze Kram. Okay, ja, seht ihr, super, klasse. Und jetzt können wir das wieder zurückschieben. Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Okay, gut, okay. So, wir speichern. Ähm, oder hat er gesagt, wir heilen uns mal kurz vor allem? Mia, walte deines Amtes! Okay, jetzt speichern wir. Zack. Blau, grün, weiß, gelb, roter Gin. Greife uns doch ran. Bäm! Okay, mein kleiner. Gebieter. Kiesel. Lohe. Bö. Und Pim! Oh, der kriegt als nächstes sechs Gin. Das ist ja toll. Tornado und dieser Gin ist schnell. Sie auch ein Gebieter Gin. Haha, logisch. Zack. Und blau, grün, weiß, gelb, rot. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Zack. Sieht, das vereinfacht. Geh weiter! Oh, Ivan hat eine neue Psynege erlernt. Ein Tornado. Die nächste Stufe von Wirbelwind. Juhu. Der Wirbelwind ist da, folgt Isaac. Nee, tut er nicht. Mehr lange jedenfalls. Isaac. Ah, hilf, was wollte ich machen? Also. Ja. Er wird vom Geweihten zum Magister. Er kriegt einen enormen Psynege-Schub. Äh, Werteschub mal wieder. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Ja. Toll. Oh Gott, ey. Das ist so nervig. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber tut mir leid. Ich muss es mir irgendwie merken. So kann ich das nochmal messen. Schieb, schieb, schien. So, wir haben schon sechs... Wir finden jetzt lange schon die sechsten Chins quasi. Das heißt, wir sind doch schon ziemlich weit in dem Spiel. So ultra-mega-halb, weil einiges kommt noch. Aber naja. Wir haben schon viel geschafft. Weit über die Hälfte. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Okay. Die Maulwürfe. Keine Gegner für uns. So, wir gehen einfach mal... Ah. Oh, oh, ein Hölln. Ja, gut. Von mir aus. Zack. Zack. Man stirbt spätestens bei Garrett. War ich jetzt einfach mal. Ganz optimistisch. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Oh mein Gott, Ivan. Ich muss auch fast tot sich grad. Oh, da ist jemand aufgestiegen. War das mir? Oh, ja. Ähm. Ja, okay. Wir sind jetzt auch ungefähr... Endlich mal mit mir gleich auf. Das erzähl ich jedenfalls. Ah. So, ich darf jetzt nicht zu viel heilen. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Ähm. Okay, finde ich den Weg jetzt hier. Ich glaube, hier geht's gar nicht lang. Oder? Ich meine nicht. Na doch, da unten. Okay. Ähm. Okay, jetzt schauen wir aber wieder mit mächtiger Psyne hier rein. Ähm. Tornado. Genau, kann ich euch direkt mal zeigen. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Tornado, 100 Schaden, Eishorn. Es überlebt ihr nie im Leben, meine Freunde. Spätestens bei Ivan, seit du... Äh, bei Isaac. Oder der Kolego überlebt das. Ja, war klar. Zack. Aber Gareth ist schneller. Oh, Gareth ist mal schneller als ein Gegner. Das ist ja... Wow. Wow, seltenes Heikles. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Oh, meine Sackgasse. Schön, diese Sache. Okay, aber jetzt kommen wir von da nach oben. Okay. Äh. Hm. Epizentrum. Hm. Das ist toll, was wir hier machen. Nein, eigentlich nicht. Okay. Mia heil einfach mal. Einfach mal aus Jux. Heilen wir mal. Komm. Komm mal. Zack. Bam. So. Ich freue mich schon auf Lichtplasma. Das ist eine tolle Psyne. Leider werden wir Funkenregen in diesem Let's Play leider niemals sehen, weil so weit werde ich niemals aufleveln. Jedenfalls im ersten Teil nicht. Im zweiten Mal gucken. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Und beide weg. Zack. Jo, wir kriegen sie immer schnell tot, aber wir haben wenig Psyne gegeben momentan. Das sieht nicht so gut aus. Ah. Naja, wie auch immer. Da oben ist eine Kiste, wo wahrscheinlich ein Keks drin war. Ein Keks? Ja, ich mag Kekse. Ich weiß es gerade alle, ehrlich gesagt, nicht mehr, was da drin war. Und ja, wir werden sehen. Falls ich da noch hinkomme oder hingehe, ob ich gerade Lust habe. Epizentrum ist episch. Epizentrum. Okay, und Psysturm. Psysturm. Und meine Psyne-George sieht so schlecht aus. So unendlich schlecht sieht sie gerade aus. Okay, es geht hier im Fall wieder tiefer. Und hier kommt wieder ein lustiges kleines Schiebe-Action-Rätsel. Ein Schiebe-Action-Rätsel. Oh, blau, 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 grün, weiß, gelb, boh. Was ist denn hier los? Gut, wir hauen mal da trotzdem weiter mit der Psy-Energie drauf. In der Hoffnung noch ohne mehr. Nein, Mia, wir brauchen nicht noch zum Heilen. Ich glaube, sie versuchte den U-Lemper auf. Yay! Zack, zack. Iva macht dir genug Schaden mit Tornado. Mia hält sich an und selbst. Irata, das finde ich cool. Ja, ja! Bam, bam, bam. Na gut. Ich war jetzt nicht so viel Schaden. Zack. Zack. Na, alle tot, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein! What the fuck! Mia hätte auf ihn schlagen müssen, obwohl er wäre der Hedder-Goling-Action-Rätsel. Egal, blau, grün, weiß, gelb, rot. Dann hätte er überlebt. Hm. Musst du jetzt eher erst mal hochschieben, oder? Geht weg. Na, war klar. Warum versuch ich es eigentlich? Ich entkomme doch sowieso nicht. Okay, zack. Zack, zack, zack. Für euch brauch ich zwei Runden. Bam! Lebensegel mit vielen Schaden. Oh, Mia macht Schaden, finde ich, dafür. Also mehr, jedenfalls gerade als dieser. Wow! Wow! Blau, grün, weiß, gelb, rot. Dum, dadadadum. Ich möchte das schnellstmöglich hinter mir haben. Dann kann ich nämlich endlich diesen Satz vergessen. Also blau, grün, weiß, gelb, rot. Oh, doch erst den Satz sieht. Diese Kombination. Oh, nur weil er ausgewichen ist. Dummi, dummi. Bam! So, aufs Gesicht. Okay. Wir geben mal Nüsse aus. Ähm, die haben ja genug. Wir haben gar nichts, sehe ich gerade. Okay. So. Woher geht nix? Nee. Gut, dann bist du erst hier oben. Yay! Blau, grün, weiß, gelb, rot. Dum, 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 dum. Ähm. Wir haben nur noch viel auf einmal. Wir zäunen da, ey. Wollt ihr mich ver-kack-eiern. Meine Fröße, ist alles in Ordnung mit euch. Äh, egal. Ähm. Wir kommen trotzdem langsam ganz gut voran. Naja. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Wie oft hab ich das jetzt schon gesagt? Ich hab aufgehört zu zählen. Ich hab nämlich deswegen aufgehört zu zählen, weil ich noch nicht mal angefangen hab zu zählen. Was auch sehr strange und komisch gewesen wäre. So. Okay, und hier unten. Oh, stimmt ja. Ich muss ja noch gar nicht schieben. Ich komm wieder zurück. Okay, das ist gut. Ähm. Isaac dreht den Felsen. Und dreht den Felsen. Okay. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Ja. Oh, stopp. Stopp, 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 stopp. Ja. Komm, komm, komm. Lass mich vielleicht von meiner Melodie gebrochen machen. Okay. Blau, grün. Yay. It's rolling, rollin, rollin. Holy moly. Äh. Blau, grün, weiß, gelb. Jupp. Hohohoho. Oh ja. Es trägt Früchte. Und. Äh. Zerstörung. Okay. Und eine Tür erscheinen. Tatsächlich. Wie der alte, merkwürdige Mann gesagt hat. Und was ist da drin? So, ich kann den Satz ja nicht vergessen. Mystic Trank erhalten. Ja, Mystic Trank. Wir spielen kein Mystic Breath Legend, aber wir haben trotzdem einen Mystic Trank. Oh mein Gott. Ja, was diesen Trank auf sich hat, werden wir später noch erfahren, meine Freunde der Nacht. Okay, aber jetzt beeilen uns erstmal hier wieder rauszukommen. Ähm. Ich möchte aber noch den Keks haben. Weil ich glaube es... Also ich glaube jedenfalls, dass es ein Keks ist. Dass auch immer da drin ist. Zack. Heil mich. Äh. Greif an, meine ich. Heil mich? Komm ich nah drauf. Na ja, egal. Ich will die ganze Zeit noch diese Melodie singen, obwohl ich sie gar nicht mehr brauche. Zack, zack, zack. Wir können ja nicht mal pennen den Täubi. Noch nicht jedenfalls. Komm später noch. So. Ähm. Ah gut. Ach, endlich. Ah. Jetzt wird alles besser. Habt ihr gesehen? Isaac hat Phönix gelernt. Belebt einen besiegten Freund. Ja, jetzt... Ab jetzt wird Lebenswasser eigentlich für Isaac jedenfalls total nicht mehr brauchbar. Ach, verdammt. Gut, das war zu erwarten, dass ich da jetzt nicht mehr so rankomme. Hier glaube ich auch nicht mehr, oder? Na? Nee. Na, 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 na. Ja, genau. Also ich gehe noch zur Kiste da oben und dann... ...mache ich mich auch auf den Weg. Nach draußen. Nicht nach Vertan, Nia. Denk jetzt hier bis schon. Bla, bla. Da, da, da. Bäm. Und Nia wieder voll aufgeladen, obwohl sie noch gar keinen... Also nicht mehr Schaden hatte. Zack. Ah, übrigens jetzt hier. Seht ihr da? Jetzt sind sie beide endlich Level 19. Ja, jetzt beginnt endlich die große, faire Aufholjagd auf... ...auf Nias Level. Ja, ganz toll. Oh, ein Kno-Magier. Das ist ja lieblich. Okay. Komm her. Und zack. Nochmal verpasst. Und noch ein Schlag. Oder auch nicht. Ja, da, 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 da. Okay. Ach wo jetzt? Nee, nach da nicht. Hier. Ja. Ich glaube, wir kommen dem Keks immer näher. Wir flichten mal. Oh mein Gott, das hat geklappt. Normalerweise habe ich nie Glück beim Flichten. So. Keks? Ja, ein Keks. Oh, ein Keks. Keks erhalten. Ich mag das Wort Keks. PP-Maximum. Ja, wen geben wir das denn mal? Mia. Weil Mia heilen musste. Das ist wichtig. Garrett hat zwar wenig, aber der greift später sowieso nur noch mit Jinze oder mit sowas an. Ähm. Komm, wir gehen einfach zu Fuß zurück. So weit war der Weg jetzt nicht, als dass ich nur Zug machen müsste. Bla, bla. Oh. Na gut, das ist schön. Bam. Bam. Und. Bam. Und zu. Nein, Garrett darfst natürlich nicht vorher angreifen. Garrett, warum bist du so lachen? Oh, und dann schlägst du auch noch daneben. Garrett, manche bist du echt. Egal, aber du bist ein cooler Typ an sich. Okay. So. Yeah. Wow, Leute. Ganz kurzer Schnitt. Bis gleich.